Ich mach mir ihn gleich zum Linksfuß. Aber wir kommen da echt gut durch, wir müssen nur ein bisschen passen, dann... 1 von 1 Steilpass als Torvorlage. Wir sind da so richtig offen in der Verteidigung, keine Ahnung. Ja, ja. Da war ja, also die Termo-Amo nur 3er-Verteidigung. Das ist wie so ein Gesicht da. Du hast gesehen, ich hab ihn unten am Trikot gezogen. Ja, der ist echt, der Torwart ist echt. Boah, den hatten wir doch auch gerade auch im Tor. Und jetzt ein Spiel. Oh, aber keine Ahnung. Wie er auch rauskam. Hätte aber auch gelogen sein. Glück gehabt, der wär vorbeigegangen. Ey, dringelst du dich da vor? Ey, mal voll. Ja, das ist halt so lächerlich. Dann machst du mal 1, 2 Touren und dann liegen die direkt wie so Homos. Und das merkt man wirklich richtig krass. Was denn? Bigfoot. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Boah, ich hab 4 Sterne-Skills. Ich hab 3 Sterne-Skills. Scheiße. Ich dachte 4. Sorry. Ich hab' ne Ecke rausgeholt. Ich hab' ne Ecke rausgeholt. Okay. Was hab ich jetzt schon wieder gemacht? Äh, ist es so. Also ich... Nimmstens bist du ganz schön aggressiv, sagen wir es mal so. Ich bin ganz schön aggressiv. Ja, der Aggressionswert, der geht ja immer hoch, wenn man foult. Also, ja, ja. Ja, ist klar, ey. Wie lucky das war. Eigentlich wollte der andere den Ball nehmen. Haben die aber geübt. Bitte? Haben die geübt. Ja, ja. Trotzdem war das Lucky, weil der andere den nehmen wollte und der sich dann wieder da durchpimmelt, so wie die irgendwie immer machen nach nem Freistoß, der irgendwie wieder total random war. Weil die irgendwie 20 Freistöße pro Spiel kriegen. Aber das war von denen gewollt, dass der der läuft den kriegt. Ja, aber... Ja, aber... Dass er da hingekommen soll. Ja, auf mal! Jawoll. Jawoll! Jawoll, Alter! Ja, war so gewollt. Vor allem ich kann ihn halt nicht anders machen, weil ich auf dem Linken hatte. Ich sag dazu gar nichts mehr. Aber hey, dafür hab ich jetzt 5 Sterne-Skills, hoff ich mal. Es hat bei dem Trick was aufgeblinkt. Da muss man mehr fungeln, ey. Da muss man nur 3 Sterne-Skills, ey. Wir können das schaffen. Nee. Schiri sagt nope. Nope. Ah, Mann ey, wie unglücklich, ey. Vor allem mein Spieler steht da auf der Linie und nimmt jetzt noch den Ball in Ruhe an, anstatt den einfach rein zu sehen. Und will da noch zurücklaufen. Und den einfach durchzulassen. Ja so, ja. Richtig. Ich dachte eigentlich, dass der im Abseits steht. Eigentlich müsste der im Abseits stehen, oder? Ich meine, er hat geschossen und dann hast du den quasi von der Linie geholt, selber. Ist der Abseits eigentlich. Das darfst du keinem erzählen, ey. Nein. Er hat geschossen und dann hab ich den von der Linie geholt. Nein. Noch 2 Gegner ausdribbeln. 2 Gegner noch. Bist rausgegangen oder was? Nein. Ich bin noch drin. Wunderwohl.